Hallo Leute und willkommen zurück im letzten Part sind wir gescheitert und jetzt versuchen wir das ganze einfach noch einmal wo steht der Penner denn? okay ich weiß immer wo es ist Prozent das kann da noch mal geht er gut los hier ach du scheiße der wird mit Dynamit schon wieder tot schon wieder gestorben meine Güte meine Güte meine Güte na gut eine Idee habe ich noch und zwar schleichen wir das einmal hier rum und sind schon wieder tot verdammter Mist oh meine Güte okay das scheint bis jetzt die beste Variante zu sein irgendwie muss man den ja platt kriegen ich weiß nur noch nicht genau wie okay ouch das war einer seiner seiner Gefährten wo steht er denn aha bumm nicht bumm okay 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 mal schauen okay da steht noch einer den haben wir auch getroffen ich weiß nur noch nicht genau wie ich den Typ mit seinem seinem Maschinengewehr da umlegen soll okay da hinten steht er aber bei dem der 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 und wir haben ihn nicht getroffen, dann werde ich gleich noch von hier mit der Stange darüber. Ich glaube, die war zu kurz geworfen, oder? Aber man selbst nicht getroffen. Okay. Okay. Ich schucke nicht, um die Konzentration zu aktivieren, da habe ich keine Lust zu. Ich probiere es anders. Mal schauen. Okay, so geht es nun nicht. Wir haben ihn erwischt, wir haben ihn mal getroffen. Mal schauen. 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 ich hatte ihn in der Hand zu ihrem Versteck an den Seelen verfolgt und sie waren kampfbereit das hatte ich jetzt nicht vor ich wollte eigentlich was hier ich glaube ich nehme direkt wieder das Gewehr, da haben wir ja noch ein bisschen Mission für und da fangen wir uns auch direkt wieder ein Treffer ein, es geht direkt wieder gut los hier im neuen Level die Johnny Min go do, die Schilder, die so sauer machte, er und das andere Textkerle ja, sie beide verdienen den Tod und ich werde euch noch erzählen warum aber erst erzählt euch von meinem Boss, der Cowboys können gehen da liebt ihr irgendwas? so, anders ist nur der Regen der da drauf prasselt ob da hier Heide rüber kommen ah, sieht sehr schön hier aus sehr, die Bäume im Wind hier die kaputte Brücke ganzen Regentropfen, das Wasser die sieht echt toll aus nicht mehr kann ich nicht mehr verlieren komm du mal wieder hoch sechs Kerl mal schauen wo er hast du da bist doch Köln übernahm nach dem Tod des Alten das Kommandor macht der Schießerei im K.O. Köln warnst uns auf die Wache aus ich sehe nichts ok mal schauen wir haben jetzt noch genau Abschuss ok 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 vorsichtig weiter soviel zum Thema vorsichtig weiter direkt wie er getroffene ok ok also brachten die Murden-App um und ver... Wunde um den Stierb toll wir haben keinen Schuss mehr für... jetzt muss man die Pistole nehmen ok ok wie denkt jemand hat die Jagd auf unsere Öffnung weil ich das jetzt richtig gelesen habe ah da hinten haben wir einen die Pistole ist nicht optimal für die... Aktion hier holala zack das war der ja und der lebt immer noch das kann doch nicht wahr sein mal eben nachladen hier die Knarre ok oh shit meine Güte schaust man sich hier nicht um die Ecke der nächste ist weg das ist ja... wenn ich jetzt noch ein... zack das ist ja... wunderschön gemacht dass du hier... puff hört mir richtig gut nur die Blätter sind alle etwas komisch aus auch ansonsten steht hinter meiner... nein hier ist auch keiner oh da stand doch glatt noch einer hin das kann doch nicht wahr sein der hat irgendwas fallen lassen Gewehr Munition ok wie geil ist das denn an jeder Ex-Stand kill alle mit roten Halstüchern so erkannt sich so erkannt sich das... dass die Cowboys untereinander und langsam wünscht... so erkannt sich die Cowboys untereinander und langsam wünscht er irgendwas... pahm Licht aus wow ist das geil okay das sind mir ein paar... mal gucken hopp 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 ouch ouch hopp 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 nope noch mal bitte das steht immer noch was soll das denn da ungefähr ist der aber ich wollte den Ringo nicht ungeschaut davon kommen lassen und das wo war der von wo hat mich gerade einer abgeschossen auf Wiedersehen die Karte soll und fast Zerlina war er Erdnirn muss auch herrten das habe ich doch schon das könnte ich machen auf der Flucht im Sprint nachladen was das hier wenn du kommen musst, lass deine Blutrausch nicht zu kurz ausfallen, deine Kombuzeit bleibt 50% und danach gehen wir runter ok, hätt ich das hier auch schon was machen können yo verdammt, wo ist denn hier einer shit ach da aha ok ok stirb hallelujah oh 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 ok 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 Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Schön aus der Decken wir alle erledigen. Das war nicht schlau von dir Junge, gar nicht schlau. Zu weit. Aber Freunde, ich würde sagen, der Part endlich sitzt hier. Ich drück mal auf Pause, sonst schießen die hier noch alles weg. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir versuchen hier lebend rauszukommen. Also, macht's gut. Ciao.